Hey, Ellie, wach auf. Wow, was willst du denn von mir? Warum schlägst du mich einfach so? So will ich dich doch auch nie. Oh, Mama, lass mich wieder schlafen. Hallo, guck doch mal auf die Uhr. Wir haben schon 7 Uhr. Wir müssen doch zu der Polizei, zur Arbeit. Äh, was? Das habe ich ja total vergessen. Die wollten ja, dass wir heute kommen und denen helfen. Ganz genau, deswegen mach dich jetzt endlich fertig. Wir müssen los. Oh, ja, das mache ich jetzt sofort. Aber hey, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn du auch im Team Emily bist, dann zeige es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonnier diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Oh, aber Lamy, ich bin total müde. Wo bist du denn, Lamy? Ach, Mann. Hier, bist du blind? Mach die Augen auf. Oh, Mann, ich bin noch total verschlafen und sowas. Keine Zeit mehr zum Schlafen. Los, du hast genug geschlafen. Wir müssen zur Arbeit. Okay, ich beeile mich ja schon. Warte mal, ich habe meine Uniform nicht angezogen. Oh, Mann, ich habe meine Uniform auch noch nicht angezogen. Warte kurz. So, ich bin umgezogen. Und du ja auch schon, Lamy. Dann können wir eigentlich direkt los, oder? Na dann mal los, aber schnell jetzt. Ja, okay. Es ist noch so früh, Lamy. Ich bin total müde. Hey, auf der Arbeit darfst du aber nicht müde sein. Wir arbeiten ja heute bei der Polizei. Das ist wichtig. Oh, Mann. Hoffentlich kriegen wir heute keinen allzu anstrengenden Job. Weil das werde ich auf keinen Fall schaffen, Lamy. Also, aufwachen. Kneif die Backen zusammen. Wir müssen jetzt reingehen. Okay, und guten Morgen. Warte mal, wir müssen zum Polizeioberkommissar ein bisschen anstehen. Guten Morgen. Oh, dann seid ihr ja guten Morgen. Ihr seid eine Minute zu spät. Und Herr, Lamy hat ein bisschen verschlafen. Ist aber nicht so schlimm. Oh, Lamy, wie immer. Und Emily, du bist pünktlich, oder? Oh, ja, natürlich bin ich pünktlich. Ich bin doch immer pünktlich. Na gut, dazu sage ich einfach mal nichts. Aber Herr Polizeioberkommissar, was ist heute unsere Mission? Eure heutige Mission ist wirklich sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Warte, was? Anstrengend? Okay, dann schieß mal los. Was denn? Schieß mal los. Ja, das ist ein gutes Sprichwort. Denn ihr müsst heute auch losschießen. Hm, was meinst du denn da mal mit? So richtig mit Waffen, oder was? Ganz genau. So richtig mit Waffen. Denn die Bank bei uns in der Stadt hat ein neues Sicherheitssystem. Und die hat neue Roboteragenten. Oh, warte mal. Roboteragenten? Warte mal, was hat das so bedeuten? Die neuen Roboteragenten in unserer Stadt sind das neue Sicherheitssystem. Hm, und äh, was soll das bedeuten? Was sollen wir denn jetzt ganz genau machen? Ja, das liegt doch auf der Zunge. Ihr müsst das Sicherheitssystem testen und gucken, ob die Roboteragenten das auch wirklich standhalten. Ihr müsst in die Bank einbrechen. Wir sollen in die Bank einbrechen und die ausrauben, oder was? Warte mal, damit ich das richtig verstanden habe. Also, wir müssen in die Bank reingehen und so tun, als ob das ein Banküberfall ist, um das Sicherheitssystem zu testen? Du hast es verstanden. Glückwunsch, Lami. Oh, warte mal. Also stimmt das wirklich? Wir müssen also so einen richtigen Raubüberfall machen und so Roboteragenten dürfen wir dann auch umlegen? Äh, natürlich dürft ihr das. Das sind ja auch, leicht gesagt, einfach nur Klone. Oh, verstehe, Emily. Na gut, dann bin ich bereit. Oh, das hört sich total cool an. Eine Bank einfach so ausrauben. Da bin ich auch sowas von dabei. Na gut, das freut mich. Dann könnt ihr euch eure Ausrüstung jetzt in der Kiste rausnehmen. Oh, wie cool ist das denn, Lami? Wow, eine Sturmmaske. Guck dir das mal an. Wow, du siehst richtig cool aus. Haha, ich bin ein richtiger Räuber. Oh, ich auch. Hände hoch oder ich schieße. Hey, du machst die Hände hoch. Oh, Hände hoch. Hey, stopp jetzt. Ihr müsst in die Bank ausrauben. Oh, ja, stimmt. Haben wir ja total vergessen. Dann lass uns mal zur Bank gehen, Lami. Oh Mann, wie cool ist das denn, Emily? Wir werden heute eine richtige Bank ausrauben. Oh, was ist das bitte für ein cooler Einsatz, Lami? Hättest du damit gerechnet, dass wir eine Bank ausrauben müssen? Niemals hätte ich das gedacht. Oh Mann, das ist wirklich eine coole Mission. Wir müssen also einfach nur das Sicherheitssystem testen und das machen wir, indem wir die Bank ausrauben. Das klingt cool. Oh, das ist wirklich eine coole Idee. Auf den Einsatz freue ich mich sogar richtig, muss ich sagen. Oh, und ich erst. Okay, Emily, der Banküberfall startet schon jetzt. Wir müssen gucken, wo die ganzen Leute sind, also die Roboteragenten. Oh, ja, stimmt, Lami. Sei gefasst, dass sie uns einfach so angreifen. Okay, na gut, dann wollen wir mal. So, wo sind die Ersten? Halte die Deckung offen, ja? Ja, ich wollte gerade sagen, pass auf, dass du dich langsam anschleichst, Lami. Und, siehst du schon jemanden? Oh, genau hinter mir ist einer, Lami. Wir müssen also ihn umschnitzeln. Na gut, es geht los. Wir testen das Sicherheitssystem auf dein Kommando. Okay, drei, zwei, eins und los. Oh, so, weg mit dir. Und da sind noch mehr, Lami. Wow. Oh, ihr habt gar keine Chance. Oh, warte. Da links ist nur einer. Da ist nur noch einer. Oh, warte, ich muss nachladen. So, weg mit dir. Wow, okay. Oh, Lami, die Ersten haben wir schon mal geschafft. Mhm, das sind, also mal, wie hießen die nochmal? Roboteragenten. Okay. Oh, ja, aber da drin sind noch mehr, Lami. Also, bist du bereit, um in die Bank einzutreten? Natürlich bin ich das, aber bist du überhaupt dafür bereit? Ja, natürlich. Das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Oh, ja, dann mal los. Auf die. Oh, und Lobos. Oh, ich mach euch alle kalt. Oh, das sind ja echt viele hier. Oh, Mann, oben sind auch noch mehr, Lami. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, warte, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Ja, auch was sind. Erzähl, warum treffe ich den hier nicht? Wow, okay, Lami. Warte mal, da oben sind noch mehr. Wir müssen erst mal nach oben gehen. Okay, ich hab den einen schon getroffen. Lass uns ganz schnell nach oben gehen. Okay, los geht's. Oh, ich hab das Bild hier kaputt gemacht. Oh, Gott, Lami, ich bin mittendrin. Du musst mir helfen. Äh, was? Du schaffst das alleine? Na gut. Lami, warte mal. Oh, warte, vielleicht schaff ich das doch alleine und weg mit euch. Und? Lami. Ich bin da. Äh, warte mal, warum kommst du jetzt erst? Ich hab jetzt alles schon erledigt. Oh, hey. Ja, mir ist ein Missgeschick passiert. Oh, Mann. Du bist echt der schlechteste Räuber. Du kannst deinen Kampan doch nicht alleine lassen. Oh, ja, stimmt. Tut mir leid. Aber ich hab doch gewusst, dass du es alleine schaffst. Ach, Mann, du Quatschkopf. Jetzt müssen wir nur noch an den Tresor kommen. Das schaff ich schon so. Darfst du den zu knacken, Lami? Trüpp, trüpp. Das kommt hier hin. Und... Oh, Gott, ich hab die Waffe schon weggelegt. Also erleg ihn, Lami. Äh, und weg mit dir. Oh, Gott, oh, Gott. Ah, Loxi, weg. Oh, sind da unten noch mehr? Ich glaube... Oh, warte mal. Ich glaube, das war's. Da ist keiner mehr. Wir haben es wirklich geschafft. Wow, das ganze Gold gehört uns. Obwohl, ich hab ganz vergessen, dass das nur ein Auftrag war. Oh, warte mal, stimmt. Ich dachte schon echt, das war ja ein echter Banküberfall. Aber ich meine... Und wir können uns jetzt das ganze Geld rausnehmen. Ein bisschen Gold können wir denen schon mitbringen. Als Beweis, dass wir es geschafft haben. Oh, stimmt. Als Beweis und als Belohnung für uns. Äh, ja, okay. Dann lass uns einfach mal direkt zurückgehen zum Polizisten. Und ihm sagen, dass wir das ganz easy geschafft haben. Hm, die müssen das Sicherheitssystem auf jeden Fall nochmal verbessern. Oh, Mann, das glaube ich aber auch. Diese Roboter waren ja zurzeit die Noobs. Ich meine, wenn ich die alleine zehn Stück davon wegschnitze, dann sind die ja wirklich nicht so stark. Da muss das echt schon was heißen. Ganz genau, denn du bist ja eigentlich auch ein Noob. Ey, Lamy, übertreib nicht. Das stimmt doch gar nicht. Das war doch nur ein Scherz. Ja, war das schon nicht. Aber es war ja auch nicht einfach. Ganz genau. Aber ich habe es ja trotzdem alleine geschafft. Und ich bin so gespannt, wie er reagiert. Oh, Mann, oh, Mann. Ja, und wir sind jetzt direkt da. Du kannst schon mal abhüpfen. Okay, pack das Auto mal und lass uns einfach reingehen. Auf geht's. Oh, Mann. Was bekommen wir denn wohl für eine Belohnung? Oh, ja. Guten Tag. Wir haben es geschafft. Hilfe, Einbrecher. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, wir haben ja die Masken auf. Oh, Mann, ey. Ja, wir sind Emily und Lamy. Oh, das wusste ich natürlich. Und? Wie war's? Ähm, erzählst du? Also, gucken Sie sich das einfach mal an hier. Wir haben es wirklich geschafft, in den Tresor einzubrechen. Oh, Mann. Das heißt, wir müssen das Sicherheitssystem auf jeden Fall verbessern. Oh, ja, ganz genau. Das war total einfach. Ich konnte die sogar alleine einfach so wegschnitzeln. Alleine? Oh, Mann. Dann war das Sicherheitssystem wirklich mega schlecht. Äh, okay. So schlecht war das nicht. Es war schon ein bisschen schwer. Und wenn die das sogar alleine geschafft hat, dann war das echt ziemlich öde. Äh, na gut. Aber als Belohnung könnt ihr das behalten, was ihr mitgenommen habt. Oh, wie cool ist das denn? Oh, vielen, vielen Dank, Herr Polizist. Das ist echt nett. Oh, Mann. Ich freu mich so. Oh, wie cool ist das denn bitte? Wir durften heute einfach eine Bank überfallen. Und jetzt haben wir noch ganz viele Diamanten bekommen. Äh, warte mal. Ein Einbrecher. Jetzt überfall ich die anderen Läden. Let's go. Äh, nein, Lamy. Mach doch nicht so ein Quatsch. Das war doch nur ein Spaß. Okay. Aber, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Und tschüss. Hey, Freunde. Ihr seid ja immer noch da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich hier abonnieren. Und auf dieser Seite findest du noch ein altes Video von mir. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.